Das Liken, Teilen, Kommentieren, Abonnieren bin ich nicht vergessen. Ist ja alles kostenlos, kostet nur Zeit, abgesehen davon. Nix, also wenn man die Videos halt anschaut, schlussvoll gern. Und... Dann hätte ich gesagt, auf Wiedersehen, tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße ja sehr herzlich willkommen zurück am Stück bei Stoneharvel. Oh, was haben wir da noch? Was machen die? Ach, die bauen den Weg noch aus. Jetzt müssen wir uns erstmal schauen, nämlich. Nix, wenn wir stehen geblieben sind. Da war das, das weiß ich noch. Das haben sie ja fast fertig. Genau, oh stimmt, ich wollte ja das machen. Ähm, ja, ich hab nicht was überlegt. Oh Gott, das Spiel wird crashen. Warte mal, da fehlt doch noch ein Haus, oder? Klar fehlt da noch ein Haus, aber für weh... Ah, für einen Schmied wollte ich ja noch ein Haus passen. Dann müssen wir erstmal das noch machen. Da muss erstmal noch ein Haus für den Schmied her. Natürlich auch Stein. Muss das Häuslein sein. Äh, machen wir mal so. Jetzt in dem Sinne ausbauen wir vielleicht ein bisschen anders auf. 13 auf 11 und ein paar Schiefe zahlen. Dann machen wir hier 8er Breite. Auf 8. Und dann kommt hier noch... Ich muss jetzt erstmal weg. Kann das jemand kurz machen hier? Hallo, Leute. Ja, äh... Wenn's möglich wär. Also, es ist ja nicht viel verlangt, aber es wäre nett von euch. Oh, die Kisten müssen auch von da da rein wandern, ne? Hier kann's bitte sein, dass der ein Idle ist. Die haben echt so wenig zu tun. Ich merk schon. Ist ja nicht nur eine Straße zu bauen, da unten oder so, ne? Einen Stein wegzumachen. Was los, Kinass? Halt, eins hoch. So. Ja, da hinten sind es noch einen rumtragen. Dann steigen wir die Kiste hier mal kurz. Jetzt. So. Ne, oder? Und jetzt kommt der. Der da. Ne, doch, ne. Dann ist aber der. Der aber nicht. Und tut den Stein da weg, oder wie? Naja, mal gucken, vielleicht ist das Objekt gleich auch entfernbar. Ne, jetzt gleich was rühren hier. Gebäude. So. So. Und zwar war man hier auch schön geblieben, ne? So, ja. Ja, das geht. Das ist schön. Mal das... Mal das so maximal 8 auf 8 machen. Dafür machen wir 16. 18 lang. Da kommt hier das Lager rein. Da irgendwie so ein kleiner Weg. Und dann habe ich natürlich für das Haus nicht noch was überlegt. So, dann geht das natürlich erst mal... Ne, es gibt keine Wände. Das ist aber ein Denkfehler, Herr Buggi. Das geht so nicht ganz. Äh. Die Breite kann man verringern. Wie hoch muss das sein? Äh. Kann nochmal... Ich glaube, 2 runter, ne? So soll das ja passen, ne? Wenn ich jetzt hier ranhebe. Ne, noch 1. 7. Genau. Passt. Was? Äh. Reavers? Oh. Mhm. So. Und tschüss. Weil... Kleinen Buggi hält ja wieder was vor. Und zwar muss der jetzt... So. Ich hoffe, das geht so. Achso. Äh. Dammit. Rückgängig. Erst Wände setzen. So. Erst Wände. Dann brauchen wir Treppe. Die muss dann da hin. Weil da eine freistehende Wand kommt. Dann brauchen wir hier blaue Balken. Achso. Ne, das ist Stonewall. Ne, ne. Das ist... Äh. Stonewall muss es hell sein. So ungefähr. Genau. Und das muss aber dann blau werden. Nicht so. Noch einen dicken heller. Äh. So. Genau. So. Dann brauchen wir eine Türe. Und zwar die... Nein! Das ist zu schmal. Ich rasch da raus. Äh. Dann müssen wir improvisieren. Dann müssen wir von hier bis nach hier. Und dann müssen wir eine Türe reinsetzen. Ja, dann geht's. Puh. Glück gehabt. So. Because nämlich. Dann kommt nämlich... Äh. Da eine Doppelte rein. Äh. Geht nicht weiter nach rechts. Scheiße. Machen wir das irgendwie so... Äh. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das... Hier hin einfach. So. Na? Gut. Dann brauchen wir uns in den Zwischenboden wieder. auch wieder aus Stein. Auch wieder die gleiche Helligkeit. Ist eigentlich eine andere Farbe, aber ist egal. Gut. Von mir aus. Spiel hasst mich. Ich merke schon. So. So. Wie viel brauchen die Haftung zum Hochlaufen? Das weiß ich halt nie. Glaubt ihr, das reicht? Ich lösche lieber nochmal zwei Stück. So. Die, ne? Und dann machen wir wieder... Freie Wahl. So. Und so. Daily Update. Ja, dankeschön. Oh, jo. Pass. Alter, mir Futter inzwischen. Accept. Mana Quest. Hallo, Mrs. Mana Quest. Ich bin ja nichts gerade am Bauen. Mrs. Mana Quest. Ich werde sie gleich noch einführen in ihre Tätigkeiten, die sie zu tun haben hier bei uns. So lange müssen sie sich aber bitte gedulden. Denn wir bauen hier ein nächstes Projekt. Perfekt. So. So. Und so. Dann wieder Wände. So. Sehr schön. Dann Dach. So. Sehr schön. Wow. Frames. Hallo. Dann brauchen wir Fenster. Jetzt war es so ein Fenster. Zack. Zack. Da keins. Da noch. Wobei doch. Da kann man eigentlich schon ein Fenster reinmachen. Dann hier oben, weil hier Wohnbereich ist, machen wir zwei rein. Das können wir so versetzen. Das ist gut. Dann da hin. Dann da hin. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt passt ein ganz. Zip. Das muss eins da rüber. Und dann kann man das nicht so machen. Das ist halb synchron. Tja. Dann kann man... Äh. Brauchen wir noch ein anderes Fenster? Brauchen wir das? Zwei Stück da von eins. Zwei. Da. Machen wir es. Äh. Keine Ahnung. Wir lassen es einfach so. Oh. Ich habe hier noch Fenster. Hallo? Ich will die... So. Dann können wir nicht synchron machen. Das sieht zumindest ein bisschen nach was aus. So. Perfekt. Finish. Build. Fire. Sehr schön. Los geht's. Wuhu. Sie haben wieder Arbeit. Leute. So. Ähm. Wartet. Wo ist denn so ein neues Stück? Hier ist das neue Stück. Die braucht keine Mine machen. Das sind unsere Minenträger. Das sind nur die Träger. Dann machen wir es hier auch nur zu... einem Träger-Sprich. Warte. Was haben wir davon jetzt dann? Haul? Muss man die nicht schleppen? Wenn die nicht fürs Bauen da sind. Achso. Nee. Das machen wir anders. Und wenn dann nur reine Schlepper. Und zwar sind die reinen Schlepper ja... Äh. Wo waren die? Die hier, ne? Haul. Mein. Hä? Bin ich jetzt doof? Check's nicht. Was? Der kann auch tragen. Der kann bauen. Der kann bauen. Der kann bauen. Wuh, 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 wuh. Achso, warte mal. Ah, warte, 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 warte. Ja, weil... Ach, die bauen gar nicht. Ja, nur Schlepper. Das ist schlecht. Das sind zu viele Schlepper. Machen wir das so. Und so und so. Haben wir zwei. Ach, wobei, ist ja scheißegal. War ja eigentlich nett. Ihr drei macht Jobs und baut und schleppt am besten die restlichen Bauen, wenn's geht. Dann haben wir ne, oder machen den Rest auch noch mit. Aber dann haben wir welche, denn wenn die am Bauen sind, dass die immer, ne, versorgt sind. So stimmt's jetzt natürlich. Puh, gut. Ja, dann mal viel Spaß. Und wir starten. Okay, ich dachte grad schon. Spiel. Meine Nerven. Danke. So. Das nächste, was wir jetzt machen werden, wird etwas höchst gravierendes haben. Einen höchst gravierenden Einbauschnitt meines Gedankengutes, was ich vorhabe. Das wird abnormal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wir benötigen diese Fläche hier. Und wahrscheinlich ins Gefühl 30 Jahre, bis das Ding fertig ist, aber, ne, geht. Geht, geht. Was machen wir? Ah, ist mir nackt Pause. Suppe. Au, apropos Supp, Supp. Wartet mal. Koch, Mr. Koch. Ja? Was fehlt's denn? Ernsthaft? Na, auf damit und schmeiß weg. Mach erstmal das da. Das sollte ja gehen. Heia, heia, dann machst du erstmal Brot dazu. Äh, unser Carpenter müsste die Zäune, glaube ich, gemacht haben, für den Gegenzug ein. Hat der echt die Zäune gemacht? Scheiße. Okay, eigentlich, ja. Warte mal, schauen wir kurz im Inventar nach. 80 und 32. Ah, das ist okay, das ist okay, das ist okay. So. Dann ist die Überlegung, wir brauchen auf jeden Fall Platz dafür, was ich vorhabe. Und zwar folgendes. Wir benötigen nämlich jetzt dich. Dich. Oh, Picket Fence Gate. Hochwertig. Oha. So. Oha. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Nein. Zehn. Elf. Zwölf. Zweif. Kriegen wir es aber nicht hin. Drei. Zehn. Zwölfer machst, ne? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Nein. Zehn. Elf. Zwölf. Da will ich es erstmal kurz so lassen, weil... Wir müssen jetzt folgendes machen. Und zwar brauchen wir zwei neue Arbeiter. Und zwar tun wir deinen Job ändern. So gar nichts. Warte mal. Ne. Kann man so noch gar nicht. Halt. Warte. 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 Erst den einen Job ändern. Und zwar... Deinen. Ändern wir. Wie? Ich hab das noch nicht. Hä? Wie? Alter. Bau mal. Ich bin enttäuscht. Aber schwer. Weil ich hab jetzt nicht vor, einen Schäfer zu bauen. Zu machen. Zu tun. Ne? Äh... Äh... Ja. Das sollte eigentlich schon herkommen. Und... Äh... Schafis dann machen. So. Wo haben wir denn unseren Sub-Sub? Na, okay. Brauchen wir auf jeden Fall wieder. Äh... Haben wir noch nicht. Könnte man machen. Was wir im Gegenzug auch noch brauchen? Animal Food. Pollo Food. Rabbit Feed. Okay. Brauchen wir auf jeden Fall mehr Körner. Das heißt, du kommst mal her. Versetzen wir das Ding hier kurz. Achso, das war auf einer Weaverin, ne? Und das? Ja, auf einer Weaverin. Okay. So. Ähm... Versetzen. Da rein. Das. Versetzen. Da rein. Äh... Ja, da bollet es gleich falsch rum auf. Egal. Müssen wir gleich mal drehen. Haha. Shit. Sonst steht es nämlich falsch. So. So. So, nämlich. Genau. Perfekt. Ähm. Gut. Dann brauchen wir... W-w-w-w-Felder. Neun auf elf. Brauchen mehr Korn. Ah, Glückwunsch. Der ist natürlich auch Korn, meines Winsen nach. Ja, Green Korn. Da kommt dann nochmal ein Kornfeld hin. Und wir haben drei... Drei Farmer. Okay, das ist in Ordnung. Das sollten die gebacken kriegen. Ah, und dann machen sie gerade Bäume. Ah, das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Weil, dann können sie nämlich... Dann können sie nämlich, wenn das fertig ist... Erstmal nichts mehr dran pflanzen. Dann ist das okay. So, Kürbisse, Fasern, Korn, Korn, Weed. Was haben wir hier? Pumpkins, das Karotten... Okay, dann brauchen wir noch ein Karottenfeld auf jeden Fall. Dann machen wir noch ein zweites Karottenfeld. Und zwar kommt es hier hin. Neun auf elf. Genau. Carrots. Dankeschön. Die sind aber echt fleißig im Bauen gerade. Dafür, dass wir Slowmotion bauen. Also langsam sind die echt zügig. Schande. Müssen wir uns noch was anderes überlegen jetzt, was wir bauen. Wer hat noch kein eigenes Haus? Der Schäfer. Der Schäfer braucht auf jeden Fall noch ein Haus. Der braucht eh ein riesen Gelände. Das könnte man eigentlich... Wartet mal, würde ich eh doch jetzt gerade organisieren. So, Sissi Tanner. Tantor. So. Ausgewählt. Change. Stopp. Okay, ich muss jetzt noch aufgeräumt werden. Gut. Gut. Ist okay. So. Weil. Weil, weil, weil. Das müsste hier jetzt aufploppen gleich. Shift und P ist okay. Okay. Was haben wir hier? Level 5. Koch. Oh, sehr schön. Äh, ploppt das jetzt auf? Hallo. Requer the Shepard. Ja. Mäh. Ihr Schafe. Ja gut. Ja gut. Okay. Wenn wir da brauchen ein Haus, müssen wir noch die Straße hier kurz weiterdenken und bauen. Und zwar folgendes. Äh. Das wird sich bestimmt hier gut machen. So. Ja. 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 Da brauchen wir noch einen etwas breiteren Weg. Äh. Die Mine macht gerade irgendwie nix. Was ist denn eine Mine los? Machen keine Jobs. Die machen eigentlich nur Tragen und Minenarbeiten. Ach, falls wir gerade keine Minearbeiten haben. Ach so, sieht das aus. Nee, 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 nee. Genau. Das lässt sich ändern. So. Ja, von wegen haben wir keine Minearbeiten. Na, was ist denn das hier? Ich glaube, jetzt geht's los. Wir brauchen einen Stein und ihr faul ins Tier. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Kann ich jetzt? Jetzt kann ich. Sehr schön. Ähm, warte mal. Dann müssen wir auch noch ein Dings beauftragen wieder. Einen Jäger. Und zwar dich. Resumen bitte. Dankeschön. So. Jetzt folgendes. Können wir hier noch nicht... Nein. Müssen wir warten, bis der wieder ausgelebt ist. Herrgött, von mir aus. Hm. Es scheppert. So. Die Größen müssen das Ding sein. Warte mal, ich kann eigentlich auf die Balken kann ich raus. Warte mal, ich denke da gerade falsch. Ist egal. Jetzt pflanzen wir erstmal noch die Zäune. Haben die gerade einen Denkfehler gehabt. Das war es wie jetzt nicht geplant. Ah, egal, 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 egal. Ich finde ich schlimm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So. Eins, zwei, drei, vier. Ist mal bei 13, ne? Machen wir hier noch einen. Und hier noch einen. So, dann passt das. Dann muss hier noch der Zäune hin. So. Hey. Nicht hängen. So und so und so und so und so und so und so. Perfekt. Daily Update. Nein. Wir haben zu wenig gearbeitet. Das haben wir davon. Die Götter strafen uns. Oh. 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 Oh.